Erinnert ihr euch noch, als ich zum Video zum ersten Semester im Ingenieurstudium volle Motivation war, in der Ich-pack-das-Stimmung? Ich selbst studiere jetzt im ersten Semester Engineering Science im Bachelor of Science an der Universität Bayreuth. In diesem Video möchte ich heute mal rückblickend reflektieren, wie das sechste Semester des Ingenieurstudiums so lief, beziehungsweise auch einfach allgemeine Gedanken zum Studium mit euch teilen. Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte heute meine Eindrücke zum sechsten Semester des Ingenieurstudiums mit euch teilen, vor allem, falls ihr Interesse am Ingenieurstudium habt, aber auch, wenn ihr zum Beispiel an einer anderen Hochschule als der Universität Bayreuth studiert und einfach wissen wollt, was es anderswo zu tun gibt. Was stand im sechsten Semester alles an? Nun ja, ganz regulär ist das sechste Semester im Ingenieurstudium beim Schwerpunkt Automotive Mechatronic gar nicht so voll. Es steht noch an, Mikrocontroller programmieren im Modul Eingebettete Systeme. Man muss im Modul Sensor und Regelsysteme einen Fachvortrag halten, in meinem Fall ging der über Asynchronmaschinen. Und man musste noch das Modul Finite Elemente Analyse belegen. Da ging es um Festigkeitsberechnung am PC, beziehungsweise auch die mathematischen Hintergründe dahinter. Dazu gesellt sich normalerweise auch die Bachelorarbeit, die ich aber aus Kapazitätsgründen ins siebte Semester verschieben musste. Entsprechend musste ich auch noch aus dem dritten und vierten Semester weitere Fächer nachholen. Meine nachzuholenden Fächer im sechsten Semester waren Regelungstechnik, das man regulär im vierten Semester hätte. Außerdem die thermischen Verfahrenstechniken, ebenfalls im vierten Semester. Was einfach damit zusammenhängt, dass das vierte Semester in meinen Augen viel zu voll ist in meinem Studiengang. Und zu UDLS musste ich noch die Teamprojektarbeit ablegen, die ist regulär bei uns im Studium im zweiten Semester angesetzt gewesen. Jedoch habe ich im zweiten Semester noch nichts gekonnt und entsprechend haben auch die Lehrstühle gesagt, ja wir brauchen euch eigentlich noch nicht und im dritten und vierten Semester habe ich keinen Platz gefunden. Entsprechend habe ich es schön im sechsten Semester gepackt. Und das kann ich auch nur empfehlen, dass man das nach hinten schiebt, weil man einfach vorne raus keine Zeit hat. Die genauen Details zu allen Modulen möchte ich euch an dieser Stelle ersparen, aber ich möchte trotzdem noch meine persönlichen Highlights an dieser Stelle mit euch teilen. Das coolste Fach im sechsten Semester war in meinen Augen das Modul Mikrocontroller 1. Und hierbei ging es darum, einen Mikrocontroller, den ich euch auch gleich noch einblende, das war ein STM32F4, zu programmieren. In dem Praktikum hat man immer zu zweit einen Sensor bekommen, den man mit Hilfe des Mikrocontrollers auslesen musste. Und die Datei musste man dann zum Beispiel über eine USB-Verbindung an einen PC anzeigen oder aber auf einem Entwicklungsbord verbauten Display, das auch hier im Bild zu sehen ist. Die Programmiersprache war typisch für Mikrocontroller MC. Wir haben das dann schlussendlich so gestaltet, dass wir mithilfe des GPS-Sensors, also aus dem Signal, das der GPS-Sensor ausgibt, die Geschwindigkeit extrahieren, mit der wir uns gerade bewegen, diese dann von Knoten in Kilometer pro Stunde oder Meter pro Sekunde umrechnen. Um sie anschließend auf dem integrierten Display auszugeben, beziehungsweise wahlweise konnte das auch mit einem Menü, das wir programmiert hatten, am PC direkt in der Konsole ausgegeben werden. Nach Angaben des Herstellers des Sensors war es der beste GPS-Sensor überhaupt. Es gibt nichts Cooleres und Geileres. Das konnten wir aber leider nicht feststellen, denn gerade zu Fuß waren die Ergebnisse quasi nicht zu gebrauchen. Also wir haben immer verglichen mit einem Handy die Schrittgeschwindigkeit mittels einer App und dann auch das Ergebnis, was der Sensor ausgespuckt hat. Als wir jedoch mit dem Sensor auf der Autobahn gefahren sind, konnte man ziemlich gut feststellen, dass der Sensor halt wirklich die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, ausgibt. Das war schon ziemlich cool, dieses Ergebnis so festzustellen. Ein weiteres Highlight war das Modul Sensor und Regelsysteme. Hier ging es darum, zum Beispiel ein Messverfahren aus der Elektrotechnik vorzustellen oder auch den Stand der Dinge einfach zu präsentieren. Typische Themen waren zum Beispiel die elektrische Impedanzspektroskopie, die Kapazitätstomographie, Time-of-Light-Messungen oder in meinem Fall der Stand der Technik bei der Zustandsüberwachung von Asynchronmaschinen, also sehr häufig verwendeten Elektromotoren. In die Ausarbeitung meines Vortrags habe ich entspannt mal 100 Stunden oder auch etwas mehr gesteckt. Das Ergebnis war, dass die sogenannte Motorstrom-Signatur-Analyse, das bedeutet, man misst den Strom, der in den Motor reinfließt, wendet dann die Fourier-Transformation darauf an und analysiert die Spektren, dass man daraus versucht, Rückschlüsse auf die Gesundheit des Motors zu ziehen, was wohl nach verschiedenen Papern schon sehr gut funktioniert. Und alles in allem würde ich da auch sagen, es war ein richtig cooler Vortrag und ich habe sehr, sehr viel gelernt, vielleicht sogar mehr als in der einen oder anderen Vorlesung. Bei diesem Vortrag handelte es sich bis zu diesem Zeitpunkt um den aufwendigsten Vortrag, Schrägstrich Präsentation, die ich je gehalten hatte. Trotzdem stand danach für mich fest, dass ich dann auch an dem Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik, wo auch der Vortrag gehalten werden musste, dass ich da meine Bachelorarbeit schreiben möchte, was ich dann schlussendlich auch getan habe. Wie eingangs erwähnt, habe ich auch noch Regelungstechnik und thermische Verfahrenstechnik in diesem Semester nachträglich belegt. Und hier wollte ich einfach noch sagen, dass Regelungstechnik auch ein ziemlich cooles und spannendes Fach ist. Ich finde es auch schade, dass ich es im vierten Semester nicht schon belegt hatte, hatte aber auch einfach keinen Nachteil dadurch, dass ich jetzt die beiden Module, die ich geschoben hatte, erst im sechsten Semester gemacht habe, weil es kaum was gab, was im Folgestudium darauf aufgebaut hat. Also entsprechend war das eine gute Entscheidung, das zu schieben. Kommen wir nun zum persönlichen Fazit. Das sechste Semester war eins der coolsten Semester des Studiums. Müsste man nicht in den vorherigen Semestern so viel abarbeiten, beziehungsweise in meinen Augen zu viel, sodass man was schieben muss, wäre im sechsten Semester tatsächlich neben Mikrocontroller 1 finierte Elementeanalyse und Sensor- und Regelsysteme Platz für die dort vorgesehene Bachelorarbeit. Und mir persönlich hat es auch gefallen, dass man in diesem Semester weniger Veranstaltungen hatte und einfach mehr selbst arbeiten musste, sei es im Vortrag Sensor- und Regelsysteme oder aber auch bei der Programmierung des Mikrocontrollers. Weil ich hatte den Eindruck, dass ich dadurch, dass ich jetzt Grundlagen im Bachelor erworben hatte und jetzt einfach diese Grundlagen auch anwende, nochmal viel mehr gelernt habe, als wenn ich regulär weitere Veranstaltungen besucht hätte. Ein persönliches Achievement habe ich an dieser Stelle auch noch. Und zwar konnte ich an einem Tanzkurs für Gesellschaftstanz mit meiner damaligen Freundin teilnehmen und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Entsprechend kann ich jedem Studium nur empfehlen, überladet euch nicht, so wie ich es die ersten Semester gemacht habe, sondern nehmt euch ein bisschen Zeit für Freizeitangebote, denn an der Uni gibt es da wirklich viele. Und gerade mir hat die Gesellschaftstanz so viel Spaß gemacht, dass ich in den darauffolgenden Semestern noch einige Tanzkurse mehr belegt hatte. Also schaufelt euch ein bisschen Freizeit frei. Das ist mein persönlich wichtigster Tipp eigentlich. Abschließend möchte ich euch noch einen Ausblick auf mein siebtes Semester geben, wieso es notwendig war, weil ich dazu einfach kein separates Video mehr produzieren möchte, denn es gehört ja regulär nicht zum Studien dazu. Oder vielleicht doch? Also in meinen Augen war es für mich notwendig. Denn ich hatte noch aus dem dritten Semester Reaktionstechnik offen, doch wenn man jetzt im siebten Semester ein Fach aus dem dritten Semester nachholt, das gerade sehr davon profitiert, wenn man die thermodynamischen Grundlagen hatte und auch die Grundlagen der Wärme- und Stoffübertragung, dann habe ich persönlich festgestellt, dass es auf einmal super easy ist, weil man einfach schon alles kann, was man im dritten Semester nicht kann. Und so kam es, dass ich ohne Vorlesung und mit einem Bruchteil der Übungen und einer Woche Prüfungsvorbereitung hervorragend durchkam. Entsprechend war es eine gute Wahl, Reaktionstechnik eigentlich in ein spätere Semester zu schieben, nachdem ich im Automotive und Mechatronics Schwerpunkt keine Aufbaufächer mehr dazu hatte. Außerdem bin ich mit meinem Kollegen Daniel nicht ganz mit der Team-Projektarbeit fertig geworden, die wir im sechsten Semester begonnen hatten. Entsprechend haben wir die im siebten Semester gar fertig gemacht. Mit ziemlich guten Ergebnissen bin ich auch ziemlich stolz drauf. Rückblickend kann ich jedem empfehlen, der Engineering Science, Schwerpunkt Automotive und Mechatronik an der Uni Beirut studiert, gleich ein Semester oder vielleicht sogar zwei Semester mehr einzuplanen ins Studium. Denn es ist wirklich stressig und hätte ich selbst keine Fächer geschoben, wie jetzt im dritten Semester Reaktionstechnik und im vierten Regelungstechnik und thermische Verfahrenstechnik, dann wäre ich, glaube ich, persönlich ziemlich am Limit gelaufen. Und auch so fand ich es schon ziemlich anstrengend und hatte halt die ersten fünf Semester kaum Zeit für Freizeit. Entsprechend, nachdem ich dann im sechsten Semester auf einmal deutlich mehr Freizeit hatte, zum Beispiel für den Tanzkurs, habe ich mich gefragt, wieso ich das nicht eigentlich das ganze Studium gemacht habe, dass ich es einfach gleich auf acht Semester geplant habe, indem man schaut, was habe ich denn in den ersten Semestern, was ich auf jeden Fall brauche und was braucht man später nicht mehr, was ist quasi nur noch ein Fach, das man später frühestens im Master wieder braucht oder einfach nur als allgemeine Informationen hat. Alles in allem würde ich sagen, das Studium Engineering Science mit Schwerpunkt Automotive und Mechatronik an der Uni Bayreuth ist ziemlich hart. Es fängt an im ersten Semester mit Mathe, Technischer Mechanik, Konstruktionslehre und man denkt sich, wenn man jetzt wie ich von der beruflichen Oberschule kommt im Schwerpunkt Technik, wow, das ist ziemlich hart, es ist mehr Arbeitsaufwand, als ich ihn im Abitur hatte. Doch dann kommt man ins zweite Semester und denkt sich, okay, es bleibt bei diesem Arbeitsaufwand, das ist immer noch super viel, bis man ins dritte Semester kommt, wo man dann mit Elektrotechnik 1 konformiert wird und dann feststellt, man hat eigentlich kaum mehr Freizeit und es wird richtig hart. Im vierten Semester ist dann ein totales Super-GAU, also man könnte auch den Anspruch der Semester mal in einem Diagramm darstellen, welchen Anspruch man in welchem Semester hatte. Das vierte ist da mit Abstand nochmal deutlich härter als die vorherigen Semester. Im fünften Semester ist es dann wieder ein bisschen entspannter, aber immer noch deutlich anspruchsvoller, als ich sage mal im ersten und zweiten Semester, bis es dann im sechsten Semester endlich wieder ein bisschen entspannter wird, wo man beim Programmieren bzw. bei einem Vortrag, den man ausarbeitet, dann zwar noch einiges leisten muss, aber es einfach wieder deutlich entspannter wird. Die Schwierigkeit der einzelnen Semester habe ich jetzt auch nochmal kurz in einem Diagramm aufbereitet, die natürlich in keinster Weise übertrieben ist. Die Ingenieure werden dabei verstehen, was ich mit der logarithmischen Achsenbeschriftung an der Y-Achse, also der Schwierigkeit der Semester, meine. Würde ich nochmal im Bayreuth Engineering Science im Bachelor studieren mit dem Schwerpunkt Automotive und Mechatronik? Ich würde sagen, wahrscheinlich ja. Also man muss sagen, die ganze Chemie, Biologie, die man am Anfang des Studiums hatte, die habe ich persönlich jetzt nicht mehr weiter gebraucht. Da hätte ich lieber noch etwas mehr Schaltungstechnik gehabt, was in Bayreuth generell sehr zu kurz kommt. Ich wusste aber auch zu Beginn des Studiums nicht, dass ich mich so sehr für die Elektrotechnik begeistern kann. Entsprechend ist es halt echt toll, dass man im Schwerpunkt Automotive und Mechatronik halt sowohl sehr viel Maschinenbau hatte, ich sage mal ungefähr ein Grundstudium Maschinenbau, aber auch gleichzeitig ein Grundstudium in der Elektrotechnik hat. Entsprechend war es für mich genau die richtige Wahl und konnte auch gut die Weichen für den Master legen. Ich habe auch überlegt, ob eine FH der richtige Ort für mich gewesen wäre oder ob ich auch vielleicht einen Techniker hätte machen können. Und da muss ich sagen, ein Techniker ist natürlich deutlich schneller gemacht. Der dauert ja, glaube ich, im Bereich Mechatronik eineinhalb Jahre in Vollzeit. Heißt, man hat nur eineinhalb Jahre für Dienstausfall und kann dann weiterarbeiten. Trotzdem würde ich sagen, dass ich im Ingenieursbereich eigentlich ganz gut gelandet bin, denn ich selber möchte, wie ich jetzt auch noch mal festgestellt habe, einfach in die Entwicklung gehen, in die Forschung mal schauen, ob sich was Interessantes anbietet, aber primär in die Entwicklung. Und da ist man als Ingenieur bei der Uni eigentlich schon an der richtigen Adresse, würde ich sagen. Ich könnte jetzt an dieser Stelle noch viel mehr zum Studium selbst erzählen, aber ich glaube, das spare ich mir an dieser Stelle, da das Wetter viel zu schön ist, beziehungsweise es regnet gerade nur, als ich das Skript geschrieben habe, war das Wetter ziemlich schön und ich hatte keine Lust mehr weiterzuschreiben. Aber es wird noch ein Video geben, in dem ich das Ingenieurstudium, das ich ja jetzt abgeschlossen habe, mit meiner Ausbildung zum Mechatroniker, die ich 2013 bis 2017 gemacht habe, vergleichen werde, so dass ihr, falls ihr vor der Entscheidung steht, ob ihr studieren möchtet oder aber auch erstmal eine Ausbildung machen wollt, vielleicht da nochmal einfach einen Überblick bekommt, einfach meine Meinung, so wie ich das jetzt empfinde. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Entsprechend würde ich sagen, bis bald und ciao.